Hallo und herzlich willkommen zurück mit der Mutti bei Bande. Heute geht es wieder über die überwurende Anlage gegen Protoss Zufallspieler. Und wieder ein Meister dabei. Wieder ein Meister dabei. Wir sind in den Gefilden für Meisterspieler. Und obwohl wir nicht so oft spielen. So schlecht nicht zu mäßen oder auch nicht. Auch nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Komm, wir kriegen hier, spielt auf jeden Fall platt. Was? Warum baut er nicht? Verloren, der Dürmer. Vielleicht auch nicht. Er baut nicht. Zufalltraum. Das ist natürlich Zufalltraum. Das ist so eine Sache. Du wollte ja Rana. Ja, Zufallbrot ist so. Sagen. Wird schon der Rana Broto sein, oder? Doppeltos, muss er. Na, Doppeltos ist scheiße. Ich hab den Doppeltos gefunden. Dann ist Doppeltos. Echt jetzt? Ne, will sie nicht. Andere. Andere ist Zufall. Ja, Mirror Match. Ein Mirror Match. Mirror Mirror on the Wall. Who's the sickest of them all? Oder so. Unsere Verbündeten, wir brauchen mehr Mineralien. Aber noch kein Pool. Doch. Ne, noch nicht fertig. Meiner ist auch noch nicht fertig. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Jetzt ist Meiner durch. Wir brauchen mehr Mineralien. Oh, eine Sonde haben sie erwischt. War ich doch geachtet. Das ist nicht gut. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Oh, eine Sonde haben sie erwischt. Ne, ne, wir brauchen ein bisschen. So, Speednehmen. Wir brauchen mehr Overlord. Obelot noch dazu. Ich gehe gleich direkt auf Flieger. Der Zwerg braucht ihr Länge. Wir brauchen mehr Overlord. Okay, eine Mineralien ist Wellertspawn. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Oh, keine Mineralien ist for the Roach one. Oh, keine Sätzen. Okay, eine Mineralien ist for the Roach one. Ich gehe jetzt auf die Sonde. Was ist das? Müht? Unfall you. We might need more Mineralien. So, hier nochmal injecten, noch ein Badroh dazu. In der Mitte steht dann ein Overlord, noch habe ich keinen, ne? Oh, da kommen zwei Linger, die scouten jetzt bei dir rein. Tun sie nicht. Blumperrestraft, shit. Wir brauchen mehr Mineralien. Brauchen mehr Overlords. Da hat er noch keiner. Ne. Overstocher. Jede Menge Stoffen. Da kommen jede Menge Linger. Brauchen mehr Overlords? Ja. Ja. Come on. Wobei, man kämpft mal so schön hier, da läuft einfach nur um den Herd. Aber nur ne Queenverlone geht noch. Zerg nimmt jetzt auch die dritte. Wir brauchen mehr Mineralien. Unsere Verbünde hier brauchen die sich im Kampf. Oh, hast du so einen Orakel erwischt? Ja. Wann geht jemand? Das ist was Erkommt. Dann kommt dann der Zerg reingehrennt. Heed ist Stalker, können ein paar rausnehmen. Oh, nicht nur viele Stalker, viele von allen, viel zu viel, kann es abbrauen. Ich bin hier. Es scheint etwas zu kaufen. Kommen die jetzt? Ne, kommen die nicht nach, wie es aussieht. Katsch. Sehen jetzt aber Echsen, denke ich mal. Sollten sie. Wir brauchen mehr Open. Wir brauchen mehr Open. Mütter. Abgeschlossen. Wir brauchen mehr Oberlords. Wir brauchen mehr Oberlords. Ich brauche deine Hilfe vorne hin. Ich bin tot gleich. Ok. Ich habe es nicht mehr. Wenig geht es. ich kann es gerade so noch halten aber da kommt der wieder zu mir kommt der jetzt schon wieder zu mir hoch unsere streitkräfte werden angegriffen unsere drohnen werden angegriffen warum ist jetzt meine base dann weg ne da sind alle weg unsere streitkräfte wir waren generalienfeld erschöpft wir brauchen mutation abgeschlossen also schon wie gold der zerk dann müssen wir langsam gut machen wahrscheinlich wir halten uns durch kommt das problem auf nach 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 Ich hab auch schon deine Hilfe, oder vielleicht noch nicht? Wo haben wir uns hergedrückt oder was? Machen wir die Gold raus. Na los. Keine Ahnung wie wir sonst probieren wollen. Lass mal her. Können wir uns auch eine Falle so machen. Da kommt doch ein Kost. Ja. 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 Wir werden uns in der nächsten Kost. Ja. Wir werden uns in der nächsten Kost. Ja. ja alle wird tausend mehr als wir dagegen haben wir keine Chance mehr die Basis unserer Verbindeten wird bedroht ein Stalker unsere Verbindeten befinden sich im Kopf ja gg ja gg und ich würd sagen wir sehen uns in der nächsten Folge denn das war nichts bis bis dahin können wir mal gucken was die waren ja Meister 2 ok ok der eine Meister 3 der andere Meister 2 also dann bis zur nächsten Folge tschüss 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 tschüss